Dieser Video-Podcast wird Ihnen präsentiert von M-Store, Ihrem Apple Premium Reseller, 16 Mal in Deutschland. In Kooperation mit MXL, where great recordings beginn. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf AV-Trend. Ich möchte euch in diesem Video den Boot Exchanger vorstellen. Der Boot Exchanger ist ein Programm, mit dem ihr das Logo am Anfang des Boot-Vorganges ändern könnt. Wir öffnen also den Boot Exchanger und das Original-Boot-Logo ist ja dieses Apfelzeichen. Wenn ihr ein anderes Boot-Logo haben möchtet, dann könnt ihr euch auf der Herstellerseite ein paar runterladen und ihr macht selber eins. Weitere Details zum selber machen, sage ich euch noch. Nehmt also einfach ein Logo. Ich nehme jetzt einfach mal den Stern und zieht den hier in das Programm hinein. Dann bestätigt ihr das mit Anwenden. Da müsst ihr euer Name und Kennwort eingeben. So, nun ist das auch schon getan und wir können neu starten. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr euch den Boot Exchanger auf namedfork.net, ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, runterladen. Hier gibt es den, einfach auf Donuts. Und wenn ihr den runtergeladen habt und die Datei öffnet, dann seht ihr auch, hier ist der Ordner mit den ganzen Images. Also wenn ihr das Programm haben wollt, es ist kostenlos, ladet es euch runter, testet es. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß.